Herzlich willkommen zum ersten Highlight von Blickshift Analytics. Mein Name ist Michael Raschke. In den nächsten zweieinhalb Minuten zeige ich Ihnen, wie Sie einen effizienten Überblick über das Blick- und Fahrverhalten während einer Stadtfahrt erhalten. Dazu liegen Datensätze von drei Fahrern vor, mit Augenbewegung, der Geschwindigkeit des Fahrzeugs und der Verkehrssituation. Und zusätzlich wurde bei allen Fahrern die Verkehrssituation mit einer Videokamera aufgezeichnet. Als erstes importiere ich die Daten. Als zweites importiere ich die Stimuli. Und diese weise ich den drei Fahrern zu. Mit einem Filmstrip visualisiere ich die Verkehrssituation. Das Geschwindigkeitsprofil visualisiere ich mit einem Line-Graph. Die Augenbewegungen mit einem Parallel-Scan-Path. Und Kontextinformation über den Verkehr mit einem Bar-Graph. In diesem Fall, ob sich ein Fußgängerüberweg im Sichtfeld des Autofahrers befand. Anschließend zeige ich alle vier Visualisierungen zeitsynchron in einem Visualisierungsfenster an. Für eine bessere Übersichtlichkeit klappe ich den Workflow Explorer ein und die Panels links und rechts von den Visualisierungen. Auf diesem Bildschirm sehen Sie 10 Minuten Autofahrt von drei Autofahrern übersichtlich dargestellt. Zur Erstellung dieses effizienten Überblicks benötigten wir mit Blickshift Analytics eine Minute 30. Nachmittags